Ein Virus, das die Welt lahmlegt. Maßnahmen, die Existenzen und Leben zerstören. Isolation, Vereinsamung, Depression. Geht es den Eliten um Menschenleben oder um etwas anderes? Impfstoffe, die im Schnitt bis zu 8 Jahren getestet werden, werden nach kürzester Zeit freigegeben. Wenn wir uns nicht freiwillig impfen lassen, kommt dann die Zwangsimpfung und ab wann wird eine Verschwörungstheorie zur Verschwörungspraxis? Wir erleben die Abschaffung unserer Grundrechte. Ja, man nimmt uns die Luft zum Atmen. Währungs- und Wirtschaftskollaps. Enteignung der Sparer. Arbeitsplatzvernichtung. Der gläserne Mensch. Transhumanismus. Wie weit werden die Eliten gehen? Den Zeitgeist hinterfragen. Sich informieren. Andere aufklären. Gegen Unterdrückung und Repressalien Widerstand leisten. Dem Machtmissbrauch die Stirn bieten. Jeder von uns bestimmt sein eigenes Schicksal. Wir erleben das Ende der Geduld. Jetzt. Infrebell. Eine Initiative des alternativen Medienprojektes Der Dritte Blickwinkel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017